Das letzte Wochenende bevor es dann endlich nach Brasilien geht. Die Ameland Videos sind fertig und ich bin fleißig in den Vorbereitungen für Brasilien. Und damit herzlich willkommen zum mittlerweile schon 41. Wochenrückblick. Wie gerade im Intro schon gesagt sind jetzt endlich die Ameland Videos fertig. Ich habe es zum Glück jetzt noch pünktlich geschafft bevor es dann nach Brasilien geht. Es sind insgesamt drei Videos geworden. Zum einen eben das Anreisevideo, dann das Video bei dem wir die Insel erkunden und zum dritten noch so ein bisschen was Besonderes. Und zwar so ein Let's Eat bei dem ich dann eben so ein paar holländische Spezialitäten probieren werde und ich werde die Videos auch wahrscheinlich hier an der Seite irgendwo verlinken. Könnt ihr euch dann gerne ansehen. War doch jetzt etwas mehr Arbeit, weil es eben auch so viel Material war und die Zeit ja im Moment doch eher knapp ist. Aber ich habe es geschafft und von daher würde es mich einfach freuen, wenn ihr euch die Videos auch anseht. Ja und ansonsten war ich die Woche über die ganze Zeit entweder am Arbeiten oder in Vorbereitung für Brasilien. Das heißt zum einen war ein Informationsabend bzw. ein Vortragsabend hier in der Stadthalle, bei dem eben ein paar Bilder gezeigt wurden, als der Bürgermeister und andere wichtige Personen eben dort in Brasilien waren und die Städtepartnerschaft so begründet haben. Das Ganze war Anfang des Jahres und wie gesagt, dort war eben jetzt so eine kleine Präsentation. War für uns, die wir eben nächste Woche dahin fahren, als Jugenddelegation ganz interessant, mal so zu sehen, wie dort die Landschaft aussieht und ja, was dort eigentlich so abgeht. Und natürlich wurde dann auch ein offizielles Foto gemacht und so weiter, wie das halt ja so üblich ist bei so einer Partnerschaft. Und ja, die Vorfreude steigt natürlich. Wie gesagt, nächste Woche, Samstag geht es dann auch schon los. Von daher bin ich im Moment ja schon dran, die Koffer zu packen, ja Gastgeschenke zu suchen. Ja, die Vorbereitung, was eben hier auch die Technik angeht, zu treffen, denn natürlich wird die Kamera auch mitkommen und es wird ganz viele Fotos und natürlich auch das ein oder andere On-Tour-Video geben. Und natürlich ist das immer ein gewisser Aufwand und das muss eben auch vorbereitet werden. Ja, was den Austausch selbst angeht, wird es, denke ich, nächste Woche dann einem, ja, im Wochenrückblick mehr Infos geben. Da will ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Das mache ich dann wirklich kurz, bevor es losgeht und erzähle euch dann so kurz, wo es eben hingeht und vielleicht auch so ein bisschen, was das Programm angeht. Aber da jetzt schon wieder die Zeit ziemlich knapp ist, ja, werde ich das Video schon wieder beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde mich da jetzt auch gleich wieder sozusagen in die Arbeit stürzen und weitermachen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann einfach nächste Woche, wenn ich dann, wie gesagt, etwas mehr noch über meinen Brasilien-Ausflug erzählen werde. Und das war jetzt der 41. Wochenrückblick. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Könnt gerne einen Daumen nach oben geben. Hier unter mir findet ihr den Abonnieren-Knopf, auf dem ihr eben meinen YouTube-Kanal abonnieren könnt und so immer auf dem Laufenden bleibt, wenn neue Videos kommen. Und ja, an welcher Seite? Ich glaube, hier an der Seite findet ihr dann die Ameland-Videos. Zum einen oben das große On-Tour-Video, wo wir eben die Insel erkunden und darunter gibt es dann als besonderes Video mein erstes Let's Eat, in dem ich dann eben ein paar holländische Spezialitäten probiere.